ein herzliches willkommen zum taroskop mit ella wir sind bei der liebeslegung für den februar und ich möchte euch die karten vorstellen für die liebeslegung grundsätzlich das boticelli tarot das golden boticelli und zwar ist das von sandro boticelli das tarot of sexual magic das ist von sekunde laura tuan und gezeichnet von mauro de luca dann haben wir das arkade arcanum tarot für die eine seite und das telema tarot auf der anderen seite und beides von renata leckner die orakel karte ist die weisheitskarten für lebensentscheidung von colette bernried in bezug auf beziehungen und dazu meine karten also meine selbstgemachten karten also diese karten könnt ihr dann über die webseite www.ella-taoskop.de wenn ihr interesse habt unter kartendecks finden könnt ihr die bestellen wer eine persönliche legung möchte kann das gerne unter der webseite la-taoskop.de tun oder auch per e mail und ja wir machen das nach den sternzeichen wie immer allerdings kann ich euch ans herz legen da vielleicht auch mal zu schauen wenn ihr euer mondzeichen kennt denn das ist eure gefühlswelt also ihr könnt nach dem sonnenzeichen gehen oder nach dem mondzeichen oder nach dem zeichen in dem die venus steht wenn ihr das kennt ja dann wünsche ich euch hoffentlich einen schönen februar in sachen liebe und ja viel spaß so meine lieben schauen wir uns an was der februar in sachen liebe astronomisch zu bieten hat und glaubt mir da ist einiges drin wobei nicht alles negativ und nicht alles positiv ist wir haben venus die am ersten februar in den wassermann startet das bedeutet dass man eher unabhängig und frei sich fühlt und dass man möglicherweise auch ein bisschen exzentrisch rüberkommt das ist von person zu person natürlich unterschiedlich wie stark das ausgeprägt ist das dauert ungefähr bis zum dritten februar wir haben ja ich sag mal streitpotenzial zwischen sechsten und siebten denn wir haben eine verbindung venus-saturn und später uranus und ihr kennt das wenn konservat also wenn die konservative seite von saturn die tradition bewahren möchte und uranus auf große veränderungen drängt da prallen zwei welten aufeinander und das kann eben auch in beziehungen der fall sein da sollte man sehr vorsichtig vorgehen also nicht zu sehr auf den eigenen dingen beharren oder zu sehr nach freiheit und unabhängigkeit streben wenn man eine beziehung aufrechterhalten möchte so dann haben wir eine sehr explizite spannung die auf alle bereiche wirkt nicht nur auf die liebe das ist die saturn uranus spannung die geht vom sechsten februar an bis in den märz hinein und den knackpunkt erreicht diese spannung am 17 februar so und da haben wir halt diese zwei welten die aufeinander treffen und dann haben wir noch so eine merkur die auch sehr egoistisch unterwegs sind also da kommt so ein bisschen ich will aber jetzt meine träume verwirklichen um den achten februar herum und dann haben wir noch eine kritische maßstellung zu merkur am zehnten und da gibt es jede menge streitpotenzial was man aber nicht unbedingt ausleben muss das bleibt jedem selbst überlassen also man sollte sich seine auseinandersetzung gut wählen ob es die sache wert ist oder eben nicht ja wir haben am 11 der februar neumond in wassermann und da ist harmonie drin durch venus jupiter da kann man sich dann wieder gut unterhalten auf einen nennen kommen kompromisse finden und das beflügelt natürlich auch in anderen bereichen das ist ganz klar ja das geht so bis zum 14 februar passt ja gut valentinstag was haben wir noch venus und mars da haben wir auch streitpotenzial vom 18 bis 21 da können diese alten kritikpunkte wieder neu aufs tablett kommen vorsichtig nicht zu eigensinnig sein oder wie gesagt zu engstirnig intolerant oder so seid lieber offen für die meinung der anderen und hört euch erstmal an was dein gegenüber zu sagen hat wir haben da ja auch die rückläufigkeit von merkur bis zum 21 drin was die kommunikation ja sowieso noch erschwert danach haben wir dann auch ein paar schöne aspekte mars und pluto 23 bis 26 da das ist so thema macht und ohnmacht da sollte man sich am besten gar nicht darauf einlassen oder rausziehen wenn es geht es beflügelt natürlich auch den bewegungsdrang und der rest ist halt je nach sternzeichen dann relevant und das schauen wir uns ja gleich ganz explizit an also auch wieder so eine energie wir können was draus machen wenn wir uns nicht dazu hinreißen lassen zu engstirnig zu intolerant und zu selbstsüchtig zu sein da ist jeder einzelne gefragt von sich aus zu überlegen ob es das wirklich sein muss ja ob man wirklich jetzt auf dieser meinung auf diesem punkt beharren muss und das sollte man sich wirklich gut überlegen weil diese konjunktionen und verbindungen selbstverständlich das potenzial in sich tragen auch eine beziehung zu vernichten und da können auch ganz uralte sachen auf das tablett kommen wo man gar nicht mehr daran gedacht hat also nur streiten um des streitens willen dem sollte man lieber aus dem weg gehen das ist jetzt so mein ratschlag für euch aber das entscheidet ihr höchst selbst die ratschläge könnt ihr euch anhören und das gilt erstmal für sonnenzeichen fürs mond zeichen venus ja auch astendent was für euch passt was in eurer situation also tatsächlich hilfreich ist und da könnt ihr euch natürlich alle aspekte aus eurem horoskop zurate ziehen und wir schauen uns das jetzt erstmal gleich an wir beginnen mit dem ersten sternzeichen und das geht so weiter also bis gleich ein herzliches willkommen liebe vage zum taroskop mit ella in sachen liebe monat februar 20 21 und wir wollen schauen was astrologisch erstmal so für dich drin ist und jupiter befindet sich bis zum 14 mai im wassermann und da mit einem benachbarten ne will ich nicht sagen schwestern zeichen von den luftzeichen ja ist ja nicht benachbart von dir sondern weit weg und es bedeutet halt auch harmonie glück günstige zufälle und natürlich anerkennung wertschätzung ja saturn ja da ist unterstützung drin man sorgt selbst für stabile verhältnisse das ist auch wichtig uranus hat keinen direkten aber möglicherweise indirekten einfluss durch die konjunktion die wir haben neptun ist auch nicht sehr also wird nicht viel auswirkungen haben auf dich aber pluto sorgt wieder für macht themen da musst du ein stück aufpassen ja das kann nämlich wie gesagt dazu führen dass du wieder deinem image schadest was wir letztes jahr schon mal hatten dass du zu viel auf einmal willst dich zu sehr durchsetzen möchtest und das schadet auch in der liebe ja da muss man natürlich aufpassen so im februar haben wir auch die venus im wassermann und das ist natürlich sehr gut für dich das fühlt sich halt auch gut an was du im februar nicht machen solltest wir haben ja auch merkur rückläufig seit 30 januar bis 21 februar du solltest nicht an deinem gegenüber so festhalten vielleicht auch dieses wir hatten ja mit pluto diese kontroll themen dass du da so ich sag mal handy kontrollierst nachforscht oder irgendwas das könnte so in eifersucht szenen oder sowas mit das wollen wir nicht ne also wie gesagt merkur ist rückläufig bis zum 21 februar du hast gute kontakte du bist auch sympathisch kommst gut rüber du bist aber auch leicht verführbar wenn du in einer beziehung bist also vorsichtig ne wenn merkur nicht mehr rückläufig ist kannst du auch frei von der leber weg mit deinem partner deiner partnerin sprechen oder wie gesagt den neuen kontakt intensivieren aber wenn du so ich sag mal von blume zu blume fliegst dann wird sich da nicht viel tun bzw könnte es ärger im paradies geben davor möchte ich dich warnen ja also du wirst wahrscheinlich auch erwischt also von daher wäre ich da äußerst vorsichtig oder wird es gar nicht erst in erwägung ziehen aber das entscheidest du selbst ich kann dir nur raten was die astrologie sagt und wir schauen jetzt auch was die karten sagen und die konsequenzen von deinem handeln und von deinen entscheidungen triffst du natürlich höchst selbst wir schauen uns das jetzt mal in den karten an dann bin ich mal gespannt was die karten im februar für dich haben liebe vage sieht ja hört sich ja sehr interessant an um das mal so auszudrücken obwohl die möglichkeiten ja momentan gar nicht aussehen wir schauen uns das mal an was ist denn in sachen liebe so die energie für die vage und ihren partner partnerin im monat februar gespräche kommunikation allerdings wie gesagt vorsichtig mit merko rückläufig da wird man gerne falsch verstanden oder versteht selber nicht richtig immer schön im hinterkopf behalten thema ist der wagen wie bringen wir den wagen dahin wo wir ihn haben möchten also wie kriegen wir das gefährt zum laufen entweder als single neue beziehung oder in einer bestehenden beziehung wie machen wir das deine energie ist die acht der kelche neue wege gehen du überlegst dir wie das anders sein könnte bei deinem gegenüber haben wir belastungen zehn der stäbe das bedeutet eben auch dass da jemand ja verpflichtungen hat und wenn das eine beziehung ist dann sind das vielleicht auch verpflichtungen in bezug auf dich liebe vage so wie harmoniert ihr drei der stäbe bedeutet weiterbildung über am horizont schauen also vorausschauend denken auch über tellerrand gucken also nicht so engstirnig sein und warten bis der richtige zeitpunkt da ist so harmoniert ja okay unbewusst haben wir die zwei der münzen man wägt ab was ist jetzt so der nächste schritt was soll ich tun man ist aber unsicher der ratschlag der karten nur in der stäbe gibt nicht auf bleibt dran verausgabe dich natürlich nicht aber bleibt an der sache dran es lohnt sich ausgang ist die sechs der münzen ausgewogenes geben und nehmen das ist ja auch wichtig dass man fair miteinander umgeht und jeder gleiches mitspracherecht gleiches entscheidungsrecht hat und so weiter so schauen wir uns an der wagen krebsenergie erfolgskarte wohin steuere ich den wagen wohin steuern wir den wagen besser gesagt was haben wir da wir haben den stern oder die sterne wassermann energie wir haben jetzt gerade wassermann sonnenzeichen auch und das bedeutet heilung das bedeutet wir kommen ins richtige fahrwasser wir können aufeinander zugehen wir können was regeln 8 der kelche der mond das bedeutet dass du ja das gefühle an die oberfläche kommen mit denen du vielleicht vorher nicht umgehen wolltest also frust oder dinge die dich nerven die kommen jetzt mehr an die oberfläche und können dafür sorgen dass sie dich daran erinnern hallo wir sind auch noch da wir möchten dass du dich um uns kümmerst ja es können alte sehnsüchte seien dinge die du immer so ein bisschen hinten angestellt hast bei deinem gegenüber zehn der stäbe und das rad des schicksals mit jupiter dreht sich für deinen partner deine partnerin oder potenzielles gegenüber die sache von den verpflichtungen eine positive richtung das ist gut drei der stäbe königin der stäbe feuer energie leidenschaft vorausschauend denken ja humor haben auf jeden fall dran bleiben auch ja da seid ihr euch einig sich selbst nicht zu ernst nehmen und natürlich nicht aufgeben okay zwei der münzen passiert unbewusst aber wir haben die sonne positive entwicklung ich denke dass jupiter dazu beiträgt dass sich die dinge positiv ergeben und da gar keine große entscheidung mehr notwendig ist neun der stäbe sieben der stäbe für die jeweiligen dinge einsetzen das bedeutet für dich als vage die du ja sehr gerne ausgleichend und diplomatisch unterwegs bist farbe bekennen sagen was dir fehlt was du brauchst wo du hin willst das ist kein leichtes für dich das weiß ich du bist sehr sagen wir mal wie gesagt du versuchst immer dass alle glücklich und zufrieden sind aber es geht darum wirklich zu dem zu stehen was dir persönlich wichtig ist ausgang ist die sechs der münzen und die zehn der schwerter so dass man über dinge die in der vergangenheit nicht gut gelaufen sind besser hinwegkommt also dazu musst du tatsächlich rückgrat beweisen liebe waage und tatsächlich sagen was sache ist was dir wichtig ist und was du nicht möchtest ja das ist die kommunikation und das muss man natürlich in beziehungen ein stück weit vorsichtig formulieren ja das kannst du da bist du sensitiv genug aber es ist wichtig dass du dir vorher darüber klar was es denn wirklich ist was dich nervt so wir schauen mal was für eine energie du als vage mitbringst in die beziehung die sechs der kirche nostalgie nostalgie ist eigentlich eine schöne karte betrifft kindheit betrifft vielleicht auch eine wenn jetzt langfristig bestehende beziehung wie die beginne waren die anfänge schöne erinnerungen natürlich auch bekanntschaften aus der vergangenheit vielleicht auch streitigkeiten in der vergangenheit weil bei merkel rückläufig kann man ja auch gut alte streitigkeiten bereinigen vielleicht gibt es da etwas was notwendig ist ok schauen wir uns an wie die energie bei deinem gegenüber aussieht also dem gegenüber der waage entweder dein tatsächliches gegenstück partner partnerin oder jemand der vielleicht im figur auf dich zukommt was hat denn die waage da zu erwarten beziehungsweise wie sieht die energie für diese person aus schauen wir uns das an in sachen beziehungen die zwei der münzen da ist jemand unentschlossen da ist jemand doch nicht sicher wo er oder sie hin möchte ja das kann bedeuten ja noch ein bisschen in der beziehung drin noch nicht ganz raus weiß nicht ist unsicher da ist ein bisschen unsicherheit drin vielleicht aufgrund dieser belastung das kann natürlich sein man weiß nicht so recht mit sich wohin so schauen wir uns an was deine gedanken sind das ast der kelche das ast der kelche ist die allumfassende liebe es ist natürlich erstmal auch die eigenliebe was du dir selber sagst ja wie du ob du dein bester freund bist oder dein größter feind wie du damit umgehst der kelch muss erst gefüllt sein damit ein anderer kelch eben gleich gefüllt auf dich zukommen kann es bedeutet dass man sich darum kümmert ja schau mal eben ob man das gut sehen kann ja gut können auch ein bisschen yoga so und ich denke mal dass du auf jeden fall dafür sorgen musst dass du mit dir im einklang bist also dass intellekt und gefühl im einklang sind und du auch weißt wem und was deine liebe empfangen soll gedanken die herrscherin die dinge fruchtbar machen voranbringen also wie man die dinge ja verbessert wie man sie wachsen lässt die herrscherin ist ja diese das symbol zum beispiel für mutter erde dass man samen säte es sich darum kümmert damit da ein baum draus wird oder so ja dass man eben da dran bleibt und nicht auf gibt das ist auch eine sehr schöne energie die umstände die umstände ritter der kelche du als vage bist dir entgegenkommend harmoniebringend sozusagen ja aber es wird ihr schwerfallen dann für deine dinge wirklich einzustehen und das ist in einer beziehung aber wichtig du bist entgegenkommend liebevoll vielleicht auch dass du dich entschuldigst wir hatten das ja mit dem streit vielleicht auch in der vergangenheit vorherrschen konnte mit anderen leuten weil auch wenn du mit anderen leuten stress hast kann dich das in der beziehung natürlich belasten was sind hier die umstände das rad des schicksals oder tut sich einiges bei deinem gegenüber da sind ist eine große entwicklung da mit dem rad des schicksals sehr positive entwicklung ja also das sieht sehr gut aus was ist deine hoffnung der magia manifestation dessen was dir vorschwebt was du dir wünschst ja und ja vielleicht die vergangenheit also ich sag mal ähnlich wie die vergangenheit das zu bewerkstelligen oder so was ist denn hier die hoffnung die fünf der münzen da ist der rückzug die fünf der münzen kann auch bedeuten dass die person ich sag jetzt mal hier durch die belastungen ein bisschen zeit für sich braucht ja ein bisschen ruhe erholung vielleicht fünf der münzen ist der rückzug dass man ein bisschen es ruhiger angehen lassen kann schauen wir uns gleich mal an was ist denn der versuch oder das hindernis gespräche bei dir sind gespräche informationen sammeln und weitergeben über die dinge reden das ist ja auch das thema und hier zwei der kirche sich auf augenhöhe begegnen und das ist nämlich auch das was du hier tust dass du dich selbst auch ich sag mal mit dieser liebe füllst weißt dass das nur von dir selbst ausgehen kann und dass du dann eben mit positiver energie an solche dinge herangehst und auch darüber sprichst was ist zu tun über dinge hinweg kommen und das kommst du nur indem du darüber sprichst was dich denn auch genervt hat gespräche zehn der schwerter und hier ein neubeginn in sicherheit und stabilität da möchte jemand neu durchstarten in beziehung ok schauen wir uns das mal an was wir hier haben wir haben das rad des schicksals mit den zehn der stäbe wir haben auch hier mit dem wagen die heilung schauen wir uns das mal zuerst an das thema zwischen euch die heilung informationen fehlt und das bedeutet der austausch miteinander fehlt das gibt es oft bei beziehungsproblemen dass man sich nicht genug miteinander austauscht das heißt nicht dass man stundenlang und nächtelang reden muss man sollte sich nur immer auf den neuesten stand bringen ja ach der kälte und der mond was ist das mit dem mond bei der waage im februar einfluss ok da übt etwas einfluss möglicherweise aus der vergangenheit oder der familie dessen solltest du dir bewusst werden und das angehen so hier haben wir das rad des schicksals mit der zehn der stäbe alles ok dein gegenüber möchte alles verändern möchte wirklich sehr viel neues sehr viel veränderung ihr harmoniert in sachen lernen und mit leidenschaft angehen königin der stäbe was haben wir da vorsicht nicht das kind mit dem bade ausschütten also nicht zu hastig zu voreilig wir haben auch die drei der stäbe das ist ja auch warten bis es soweit ist sondern sich erst mal miteinander unterhalten unbewusst haben wir hier die zwei der münzen die wir hier auch haben und die sonne positive energie also was haben wir da freude also es ist nicht so dass ihr euch nicht vertragt und nicht versteht oder so es ist auch so dass ihr freude teilt aber es ist vielleicht deinem gegenüber ein stück weit wenn ich das so sehe ja zu sagen ja du möchtest es allen recht machen als vage und dein gegenüber möchte von dir eine entscheidung und das fällt dir unendlich schwer weil du da angst hast jemanden vor den kopf zu stoßen so was ist die 10 der schwerter bei der waage abwehr du möchtest das nicht du möchtest nicht farbe bekennen so hier haben wir die 9 der stäbe und die 7 der stäbe was bedeutet das zu schnell also du brauchst zeit um dich damit auseinanderzusetzen also ich sage jetzt mal wenn ich so intuitiv diese geschichte bekomme jemand nimmt einfluss auf dich vielleicht auch in bezug auf deinen partner deine partnerin oder partnerschaften im allgemeinen dann mir wünscht sich dein gegenüber dass du das abwehrst und das fällt dir schwer ja es fällt dir schwer zum beispiel den einfluss deiner eltern zu ignorieren oder anders zu deuten dein gegenüber wünscht sich dass du für die beziehung für den partner die partnerin einstehst okay da haben wir die sechs der münzen und die zehn der schwerter nachgeben also es gilt da nicht sofort aber sobald du das kannst nachzugeben dein gegenüber möchte ja dass ihr euch auf augenhöhe begegnet und nicht dass du dich einlullen lässt von irgendwelchen dingen die andere leute sagen und der rückzug hier denke ich mal hat auch damit zu tun dass ihr euch vielleicht gemeinsam aus etwas zurückzieht nicht nur dein gegenüber ja okay du möchtest hier was manifestieren was möchte denn die waage im februar manifestieren jetzt jetzt gilt es irgendwas umzusetzen das ist dir wichtig und hier haben wir die fünf der münzen das ist das ziel das ziel ist sich wirklich aus irgendetwas aus dem einfluss von anderen rauszuziehen und das solltest du zumindest überlegen liebe waage ob es da etwas gibt wo du vielleicht ich sag mal zu großzügig bist damit dich ja das hört sich so doof an bei jemandem beliebt zu machen aber vielleicht ist dir sagen wir mal dein elternteil oder beide sind dir so wichtig dass du sagst deren meinung zählt für mich sehr viel und dein partner deine partnerin möchte aber dass du zu ihm oder ihr stehst und dass du ihn oder sie verteidigst dass du ja diese verbindung zu deinen eltern zum beispiel ein bisschen lockerer gestaltest ist jetzt nur eine idee von mir wie das in deine persönliche situation passt musst du dir selbst überlegen es können auch freunde sein oder so oder eine ex partnerin ex partner je nachdem da gilt es aber wirklich auch farbe zu bekennen und das wird dir auch abverlangt wir haben die karte chaos und konflikt die nummer 33 ok schauen wir uns an aber ich denke mal wenn du wenn dir dein partner deine partnerin wichtig genug ist dann wirst du da einen konsens finden wenn nicht wird wahrscheinlich der rückzug auch aus der partnerschaft passieren die grundbedeutung durcheinander missverständnis und widerstreit spannung der gegensätze der vorrang des chaos gegenüber der ordnung die beziehungsbotschaft mit einer verboten haltung bleibst du im widerstand stecken ein konflikt für den du dir aus tiefstem herzen eine lösung wünscht bleibt durch deine ständige rechthaberei bestehen dennoch ist dies eine gute gelegenheit mehr über dich zu erfahren wie du dich selbst wahrnimmst was für dich wert hat und was dir wirklich wichtig ist wenn es zutrifft dass manche dinge nicht verhandelbar sind dann brauchst du darüber keine debatten zu führen gelingt es dir durch die aufgewühlten emotionen hindurch den weg zu einer höheren betrachtungsebene zu finden bald wird die luft sich klären und du wirst an einem weit besseren ausgangsort sein als zuvor der sich legende sturm macht den blick frei auf einen neuen weg der ein weiterkommen möglich macht es kann eine spannende und erleuchtende zeit werden wenn du sie konstruktiv für dich nutzt ja das ziel ist eben sich aus etwas rauszuziehen und du möchtest jetzt manifestieren dass alles gut ist aber wenn es da was widerstreitendes gibt ist das schwierig dein gegenüber möchte sich auf augenhöhe begegnen gleichberechtigt aber wenn da noch eine dritte partei irgendwas mit zu reden hat könnte das ja schwierig bis unmöglich sein wie gesagt das wird vielleicht auch nicht für alle zu treffen aber es ist wichtig sich dessen bewusst zu sein und da natürlich dann auch grenzen zu ziehen die gesund sind und für sich selbst zu entscheiden was will ich denn eigentlich ja und was ist mir wirklich wichtig wenn mir die meinung dieser anderen person zum beispiel wichtiger ist als der partner dann war dann hast du deine antwort und dann brauchst du nicht darüber zu diskutieren ja also du hast es gehört du kannst wie gesagt damit was anfangen denke ich mal lass es uns gerne wissen in den kommentaren wie du das vielleicht umgesetzt hast daraus können vielleicht auch andere was mitnehmen für sich wenn du möchtest und wenn es dir gefallen hat lass gerne ein däumchen hoch da und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder ich wünsche dir die richtige für dich wichtige entscheidung bleib dran tu das was du für dich als richtig erachtest und dann wie gesagt bist du auf einem guten weg ich wünsche dir alles liebe alles gute und sag mal bis bald 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 bis bald